halli hallo mein lieben homies willkommen zu einer weiteren aufgabe vom flug der pharao und so wir rufen unsere karte schnell auf wir sind natürlich jetzt hier bei base desert oben drüber umstrittener brunnen wir schauen mal ein schatz ist zu plündern ich denke mal das sollten wir lockerflockig hinkriegen bei eilküppel ging uns gerade auf den sack ja natürlich ganz schnell platt gemacht guck mal wie viel hier sind ist das eine fata morgana meinung ist war es eine fahrt morgana wer weiß ja schon unser schatz ist auf jeden fall hier und ich sag wir steigen mal vom mumikam ab und verkloppen die einfach so das geht radfahrt sie sollen alle kommen wir gehen jetzt gar nicht professionell da rein wir zerstören jetzt einfach nur ich habe ja gesagt wir machen im anderen video also jetzt in diesem video nehmen wir die dinge ist die doppelschwerter die 9 aber sie sind schlechter als die die wir jetzt haben also wird der schwachsinn wenn man die jetzt nehmen also wir halten die ach mal die mumis denkt immer an spaß muss sein wenn der mensch nach kurz zu werden seit ein bisschen verrückt habe spaß dabei bleibt immer kind so muss das sein noch ein eier kopierer es nur naja ich würde damit sagen wir auf jeden fall die beiden schwerter behalten über ihr links am bein bei uns tragen diese nice die anderen die wir gekriegt hat mit der tagesquests die sind nicht so toll die sind schlechter ich meine wir sind schlechter aber nur bei den feinden versteht ihr was ich komm herrlich komm her damit schatz plünder haben wir damit haben wir eine weitere aufgabe im flug der pharaon erledigt sind noch was am start ich kann sagen ich werde hier noch was hier noch mal die mumis dann war es das auch wieder guck mal hier der chillt hier ganz gemütlich kann man hier runterschießen nein natürlich nicht ein bisschen blöd gemacht dass wir den nicht runterholen können aber egal wir haben eine weitere aufgabe im flug der pharaon abgeschlossen natürlich auf unsere art und dann sage ich natürlich wie man mein leben und ich bedanke mich für zuschauen wir sehen uns bei der nächsten aufgabe im flug der pharaon wieder auf wiedersehen mein lieben homies